Wer braucht Krake Paul, wenn er Pepi und Koka hat? Zwei weiße Chetland-Ponys geben für jedes Spiel der deutschen Mannschaft bei der EM ihre Pony-Prognose ab. Auf dem CHIO-Gelände geht's über eine Kurzdistanz hin zum Eimer, der das Glück verspricht. Es geht um die Möhre. Der Klassiker im Viertelfinale, Deutschland gegen Italien und das deutsche Pony. Es gibt direkt Vollgas. Das italienische Pony kommt gar nicht hinterher. Was ein Kantersieg für Deutschland. Da kommt das italienische Pony. So gerade hinterhergetrabt. Von Angstgegner war die Rede. Aber wenn es nach der Pony-Prognose geht, dann wird das ein ganz klarer Sieg für die deutsche Mannschaft. Die Wiederholung zum Dahinschmelzen. Diese Möhre hat sich das Pony aber mal sowas von verdient. gradualer W previous appears. Die n race auf clothesräte bei einer Schoklev und Operation prohren. Bleib im Ursprünglich ist es dabei undläuft. Untertitelung des ZDF, 2020